Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Oh, ich hab's gesagt, kurz. Warte mal, der hinten war doch... Ah, scheiße, jetzt bin ich hier bestimmt nicht mehr raus. Ich bin wenigstens sozial und tu das Weizen wieder anbauen, wo ich hier abbau. Ja, ich wusste, dass ich nie wieder zurückkehren werde, deswegen hab ich es einfach mitgenommen. Oh mein Gott, ich hab grad gedacht, der Mann hier wär ein Creeper. Ich dachte schon, ein Tintenfisch. Nein. Hey, geil, wie die Tür da oben ist. Hm, komm ich da hoch? Ich find nicht mehr aus der Höhle raus, du da, du da. Ich find nicht mehr aus der Höhle raus, du da, du da. Und ich verhungere. Oh Gott. Passiert. Das hat jetzt nicht gepasst. Das hat nicht gepasst. Und ich verhungere. Nee, das soll doch gar nicht mehr passen, wenn ich bei einem verhungere. Ach so. Das war nämlich was Ernstes, da singt man nicht. Wir haben gewisse Dinge gemacht, mal keine Witze. Ach so. Und das ist eines von den Dingen. Ach so. Hey, in dem Gebäude, wo man nicht raus konnte, sind zwei Typen dran, Olli. Ach so, es regnet, oh mein Gott. Regnet das bei dir auch? Ja. Oh. Tu da, du da, du da, du da, du da. Du da, du da da, du da, du da, du da. Oh, mit und die Ohren weht von meinem Heatschab. Oh. 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 Oh, die haben Dreckboden. Hö? Dreckboden. Ja, wirklich. Drecklich. wirklich Dreckboden. Ich dachte, du sagst Dirt. Ja. Machst du dich lustig, wenn ich Dreck sage? Dreck. Du hast Gravel vor deiner Tür. Egal. Gravel. Gravel, Gravel, Kals. Schatz. Jetzt gucke ich mal in dieser Höhle, ob ich hier Lava finden kann. Oh Mann, ich wollte sagen. Der Mensch ist eingeschlossen, weil... Das ist doch kein Mensch. Ja, das ist wirklich kein Mensch. Wir wissen dann. Ein Etwas. Ein Tittenfisch, ein Legender, der auf zur Bein geht. Ach so. Taddeus. Oh, Skelett. Oh Gott. Oh nein. Stirb. Lass mich. Bitte. Bitte. Danke. Bitte. Ich bedanke mich auf den Skelett. Oh mein Gott. Kaum habe ich hier so eine Straße hingemacht. Ach, der tut die Tür auf und geht raus. Könnt ihr mir danken vielleicht. Oh mein Gott, da oben ist ein Chefhaus. Chefhäuser. Ich brauche Lava. Oh, ich habe Lava gefunden. Aha. Die ist auch eine Fackel. Die waren wir auch schon offensichtlich. Ich könnte ihm jetzt dieses Dorf hier unterwürfig machen. Wie fern? Die können doch sowieso nicht denken. Oder irgendwas machen. Die Typen. Ja, und die sind durch Zombies. Ich finde es lustig, wenn Zombies einen beißen könnten und man müsste dann schnell irgendwas essen, um geheilt zu werden. Bevor man sich verwandelt. Das wäre cool. Das wäre super cool. Super cool. Ja, Minecraft. Super cool. Das wäre doch voll scheiße, wenn der Rest... Okay, ich habe schon wieder einen Dungeon. Wer hat denn dieses Dungeon ausgenommen? Dieses Dungeon. In diesem Dungeon warst du, glaube ich, vorhin drin. Das sieht es mir so aus, weil es total zugekleistert ist mit fucking... Und die Kisten fliegen in der Luft. Wer lässt schon Sachen in der Luft fliegen? Ja, ich habe die grünen Dinger abgebaut. Die grünen Steine. Ich habe mir gedacht, aber dann macht man das vernünftig. Oh, diese dummen Viecher, man, die ganze Zeit die Tür auf und zu. Das ist nervig. Ey, ich nehme die Tür gleich raus. Oder du tust zubauen oder sowas. Ja, die sind dumm. Die nerven. Oh, jetzt finde ich hier, glaube ich, den Ausgang nicht mehr. Ich finde den Ausgang nicht. Jetzt gibt es Stress. Wollen die Katzen gekochte Fische oder rohe Fische? Sicher? Jetzt nehme ich die Tür hier raus oder ich mache es einfach zu. Oh, Zombie. Lass mich. Okay, ich nehme die Tür raus. Ich droppe mir mal was Schönes. Diese droppen mit Zombies, was schönes. Ja. Ich lasse mich mal die Tür abbauen. Alex hat sofort einen Helm bekommen letztes Mal. Was habe ich? Weil du sofort einen Helm von einem Zombie bekommen. Ja, ganz am Anfang, ne? Ja. Ich habe das noch nicht... Nicht eine Sache habe ich von dem... Doch. Als wir mal so Tests gespielt hatten, hatte ich so einen Eisenblock bekommen. Sandy jetzt weg. Nein. Klingst aber viel neiser. Besser, bitte? Ja. Okay. Hast du ein Headset abgesetzt? Nein, ich habe nur das... Oh mein Gott, jetzt muss ich das an einem anderen Gebäude... Ich habe nicht mal ein Headset abgesetzt. Nein, ich habe das Mikro nur ein bisschen weggekippt. Warum? Oh mein Gott. Ähm, weil ich was getrunken habe. Oh, was denn? Das war so ähnliches wie Fanda. Ich habe nur so getan, als wenn das mich interessiert. So, ich... Also, Fische müssen roh sein für die Katzen. Wie ist nochmal die Koordinaten von unserem Haus? Bist du gestorben? Achso, ne. Ähm, weiß ich nicht. Ich sag's dir gleich. 290 und minus 306. Mhm. Kein Danke. Dankeschön. 290. Aber ich finde es cool, so wie das jetzt hier ist mit der Lava. Also, ich finde es gut. Ich komme gleich. Aber hier kann man noch mehr machen, als Verzierung natürlich. Aber das ist so der Anfang. Ja, es heißt eine Episode. Also, ich finde es schön. Und jetzt heißt es, also, ich finde es gut. Ne, man sagt, ich finde es. Also, ich finde es gut. Und das ist so schön. Die Fackeln müssen ja auch mal vernünftig organisiert werden. Oh, die ist die Lava gefahren. Ich möchte mein Baby haben. Ja, bist du schwanger? Ja, mit meinem PC. Oh. Ja. Die Geburt wird sehr schmerzhaft. Aber unentswert. Oh Gott. Ja. Ja. Er hat eine richtige Gitter und so, siegut aus. Der sagt auch nicht Danke. Wer sagt Dank? Du sagst auch nicht Danke. Kompliment gemacht, das ist gut, du siehst. Ich konnte nur nicht so schnell reagieren. Du bist sehr nett von dir. Ja, das müssen wir dann auf der anderen Seite auch noch machen. Oh, shit. Und da brauchst du dann dein Eingang zu. Ja, genau. Sandy kann gucken, wo sie bleiben. Ah. Ja, also irgendwie aus drei Richtungen passt das schlecht. Und wir sind genau so an der gegenüberlinigen Seite. Es tut mir leid. Aber vielleicht sollten wir das mit Stonebricks machen. Alles? Dann komplett alles austauschen? Oh Gott, ich lasse mich von Pilzen ablenken. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht mit diesen... Wir haben natürlich unterschiedliche Texture Packs. Ja, bei mir sieht der Kopf ist auch noch nicht schlecht aus. Ich finde Stonebrick ist dann eher so ein ordentlicher Halt. Das ist ja schon irgendwie ein Netatoren, kein Schlösschen. Ja, kein Schlösschen. Du brauchst noch eins, oder? Ja, wegen des. Wie weit soll das denn noch nach hinten gehen? Ja, das symmetrisch ist. Ach, okay, dann sollen wir vielleicht mal kurz 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So viele Schweine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, eins noch, eins noch. Okay. Ich habe keine Schaufel. Oh doch, ich habe noch eine. Ich will jetzt noch rüber. Eins, zwei, drei. Wir müssen noch gleich hoch. Okay, das ist richtig. Boah, wie sich gerade die Welt verlangt, dann wieder aufnimmt. Das hat nachnimmt so. Oh, da hinten ist offen. Oh, oh, mach das zu. Hast die Lava jetzt weggemacht? Nee. Ich glaube schon. Ja, hast du. Nein. Aber die kann man wieder auch reinsetzen. Dahinter muss dann noch ein Block. Wir machen dann die Wand da einfach so hin. Oder es kann doch der Teil da sein, oder? Ich meine, das ist dann genau die andere Seite, weißt du? Weißt du, was ich meine? Dann läuft das hier aus der Ecke so raus. Dann ist es symmetrisch.